Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Der Sale ist nun fast vorbei, ich wollte einfach nur nochmal kurz ein schnelles Update zu diesem Thema hier geben. Die Kurse sind nun noch für ganz, ganz kurze Zeit im Angebot für gerade mal 9,99€. Das heißt, falls ihr euch in den Geldverdienen Internetmeisterkurs einschreiben möchtet oder in den Online-Kurse-Meisterkurs, Amazon-Kindle-Kurs, digitale Infoprodukte, Social-Media-Agentur aufbauen, Nebenerwerb aufbauen, Freelancing-Meisterkurs, Ghostwriting und so weiter und so fort, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, nämlich dort befinden sich Links zu diesen Kursen hier. Jeder einzelne Kurs gerade mal 9,99€ und es sind auch einige Links zu diesen Kursen in der Videobeschreibung, nämlich zum Beispiel zum Kundenakquise-Meisterkurs, nämlich der Kurs 17,5 Stunden lang, die gesamten 17,5 Stunden für gerade mal 9,99€ und nein, ihr könnt euch nicht den Kurs nur einmal anschauen, sondern wirklich habt diesen Kurs fest in eurem Account und könnt ihr jederzeit wieder rein. Ihr könnt mir jederzeit Fragen stellen, ihr habt da den ganzen Content, auf den ihr zugreifen könnt. Auch zum Beispiel der Shopify-Meisterkurs ist für 9,99€ im Angebot, der Facebook-Werbeanzeigenkurs, der Kryptowährunkurs, der LinkedIn-Werbeanzeigen, Verkaufen leicht gemacht und so weiter und so fort. Also all diese Kurse für gerade mal 9,99€. Der Sale endet jetzt bald, das heißt, falls ihr euch in die Kurse noch einschreiben möchtet, dann schaut wie gesagt gerne einfach mal rein. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch die Kurse gefallen. Viele, viele Leute haben die Kurse bereits gesucht, viele Leute haben Unternehmen mit diesen Kursen aufgebaut und wie gesagt, ich lege immer meine Hand für meine eigenen Kurse ins Feuer, das heißt, in diesen Kursen gehe ich wirklich, wirklich tief in die unterschiedlichen Materien rein. Deswegen sind die Kurse auf allem auch einfach so lang, wie sie sind. Zum Beispiel der Online-Kurse-Meisterkurs, 10,5 Stunden, der hier 7 Stunden, 7 Stunden, 10 Stunden und so weiter und so fort. Genau, also wenn ihr euch in die Kurse einschreiben möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Entschuldige, dass es jetzt hier eine komplette Werbung war. Ich danke euch dennoch vielmals und ich hoffe natürlich sehr, dass ich euch in den Kursen wiedersehen kann.